Im professionellen Einsatz ist nur das Beste gut genug. Für die Aufbewahrungs- und Transportbehälter im Labor sind Sicherheit und chemische Beständigkeit entscheidend. Genau das zeichnet die Behälter, Töpfe und Schalen von Bochum aus. Sie sind gemacht für alle, die Qualität bevorzugen. Auch wer eine große Auswahl schätzt, wird bei Bochum fündig. Unzählige Formen, viele nützliche Details sowie hochwertige Materialien und Oberflächen summieren sich zu einem fein abgestuften Sortiment aus über 260 verschiedenen Produkten. Es ist nur eine Sache, bei der wir Ihnen keine Wahl lassen. In Sachen Qualität.